Ah, willkommen zurück bei Blade & Soul. Wir sind an derselben Stelle wie beim letzten Mal. Ich habe allerdings ein bisschen das Interface umgeräumt. Das kann man hier, wenn man Shift und F1 drückt, kriegt man hier jede Menge Optionen. Da sieht man schon, ich habe hier die Aktionsleisten und die ganzen Anzeigen etwas verschoben. Ich habe hier unten das Leben hingezogen und so ein Späßchen. Ja, jetzt geht es. Ach so, ja, auf Bestätigen. Und, ja, wir werden mal weitermachen. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte euch schon eine Nachricht schicken. Wir haben Spuren von Jin Soyun gefunden. Vi Wan Hong wird euch alles berichten. Ich muss zurück ins Bambusdorf. Ich glaube immer mehr, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Helft weiterhin der Bambuswache gegen die schwarze Ramme. Um Jin Soyun kümmern wir uns dann. Oh. Mach mal. Der Hauptmann sagt, Jin Soyun könnte für die Untaten hier in Düsterschlacke verantwortlich sein. Wir fanden mehrere von dunkler Energie durchdrungene und verstümmelte Leichen. Wir vermuten, dass es Mitglieder des Kohlebunds sind. Man fand die Leichen an einer Stelle im Traumwäldchen, die der Kohlebund regelmäßig aufsucht. Leider werden die Monster hier immer unruhiger, sodass wir das nicht näher untersuchen können. Na gut. Man sagte schon, dass ihr eifrig seid. Oh, und wenn ihr Hinweise findet, dann zeigt sie zuerst dem Vertreter des Kohlebunds. Sie können die Opfer schneller als wir identifizieren und vielleicht wissen sie etwas über diese Jin Soyun. Nehmt mit Passau-Kontakt auf. Viel Glück. Oh, dann machen wir das mal. Und er will wieder was von uns. Über Drashüpfer, ich hoffe, ihr habt so hart trainiert, wie ihr noch könnt. Euer nächster Trainingsort ist nämlich ziemlich gefährlich. Eine unheilvolle Aura umgibt das Traumwäldchen. Monster tauchen aus dem Nichts auf. Leute verfallen dem Wahnsinn. Viel Spaß. Tja, klingt nach jede Menge Spaß. Aber da wir dann hier eigentlich gemischt waren und Waffenhändler... Ah, hier ist so ein Lager und Post und so weiter. Und das ist ja auch noch nicht der Belohnungshändler. Wir müssen da oben hinruhen. Wir müssen da oben hinruhen. Wir müssen da oben hinruhen. Ich muss irgendwas anfackeln Ich habe den Fakkel bekommen, oder? jetzt einfach ein paket fackeln zu geben wäre natürlich viel zu einfacher auch hier ist noch was Das war's für heute. Oh, da müssen wir erstmal wieder eine Fackel holen, wie es aussieht, ach, oder können wir hier? Ah, das ist natürlich praktisch. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. 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 Wow, das ist ziemlich für'n Arsch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, das war's für heute. 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 Ich glaube, wir sind gerade wieder in der Höhle an die Decke gesprungen, aber naja, das ist hier halt so. Gut, ähm, da vorne gleich beide nebeneinander, der Wahnsinn. Gut, ähm, da vorne gleich beide nebeneinander, der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Oh, unterdessen solltet ihr hier in Düsterschlacke bleiben. Jin Suyun kam häufig hierher, oder? Verliert nicht die Hoffnung. Es kann lange dauern, eine neue Spur von Jin Suyun zu... Sehr gut, ich nutze meine Kontakte in den Ascheweiten. Ich komme bald zurück. Freut euch, heute ist euer Glückstag. Wir können uns bei unseren Problemen gegenseitig helfen. Ihr kennt die örtlichen Kohlebosse, aber ich kenne eine viel nähere Quelle als die Ascheweiten, die euch bei der Suche nach Jin Suyun helft. Erinnert ihr euch an meine Bomben, die ich am südlichen Anker gemacht hatte? Die Riesenexplosion? Das wird falsch. Sie waren zu schwach. Richtig schlecht. Albern sogar. Der Rums hätte uns umhauen müssen. Hat er aber nicht. Und warum nicht? Aber es gibt leider nur eine Gruppe von Leuten, die Feuergras veredeln können. Der Kohlebund. Und die mögen mich nicht besonders. Aber euch sollen sie... Richtig auch nicht. Hier etwas Feuergraspulver und ich setze euch mit meinem Kumpel Pundi Hai in Jadestein in Verbindung. Wenn Jin Suyun dort war, dann weiß er davon. Flammengras könnt ihr in ganz düster Schlacke finden. Pflückt etwas und bittet den Kohlebund, es für euch zu veredeln. Einfacher geht's nicht. Auch wenn sie es ablehnen, könnt ihr immer noch zu Pundi Hai. Er ist ein netter Kerl. Ihr habt nichts zu verlieren. Bitte. Es ist schon so lange her, dass ich etwas hochjagen durfte. Keine Bomben mehr? Pah! Und jede Menge Nebenquisten. Ah! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Na, anscheinend müssen wir mehrere davon machen Oh, was ist jetzt los? Jetzt geht es nicht mehr, jetzt haben wir es anscheinend fertig Er hat ja keine Lust liegen zu bleiben, jetzt bleibt er definitiv liegen Oh, was ist das? 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 Oh, ich würde sagen, hier hat gerade einer aufgeräumt, der da wahrscheinlich ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ah, da ist das komische Keras 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 Ah, da ist das komisch Euer Training macht gute Fortschritte Seid ihr bereit für mehr? Dann lest den Brief Lieber Grashüpfer, ihr wisst was kommt Wir haben nicht viel Zeit, Beeilung Ja, erstmal das mit dem Keras und hier noch die Questen Und dann kannst du mal wieder eine neue Combo vorbeibringen Und jetzt quasi noch vier Laternenwichtel Und fünf von den anderen Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können Elbude Ah, da ist er, da ist er, da ist er Nee, los, das ist er die Voraussetzungen erfüllen Ach, ich bin der Voraussetzungen erfüllen Ah, ich bin der Voraussetzungen erfüllen Oh, ich bin der Voraussetzungen erfüllen ja was haben wir dann gefunden ring haben wir schon an brauchen also quasi eigentlich gar nicht ja warum man definitiv nicht kann man das zivisier eigentlich irgendwie bisschen runtersetzen nee kann man nicht ist natürlich sehr unpraktisch nenn ich f1 zielerfassung wahrscheinlich jetzt ist es irgendwie noch höher jetzt ist fast fast im charakter so ist es quasi so sollte es passen eins von den viechern noch gut haben wir sie alle da sollte man theoretisch hochkommen ja 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 die er sowieso ignorieren wird. Viel Glück. Ein Infrager ist eingetroffen. Schwiert meine Flammen! Stolz. Ah, das ist nur für Waffen. Okay. Das ist alles nur für andere Klassen. Ach, eine Umfrage hatten wir wieder. Gesamterfahrung mit dem Kampf. Hm, ja gut. Konterblock, Ausweichwärtigkeiten im Kampf. Ähm. Man kann blocken? Ja, zufrieden könnte definitiv noch ein bisschen was besser sein. Richtiges Ausweichen wäre super. Zielerfassungs... Näh. Irgendwie... Ja. Ja, das ist ganz okay. Das schwierigste... Ja, eigentlich Ausführen von Fertigkeiten kommen muss, weil ich es einfach nicht kenne. Oh, ansonsten nehmen wir einfach die Erfassung. Erlernen und einsetzen... Keine Ahnung. Welche Erfahrungen hast du im Kampf gegen Monster gemacht? Sehr langsam, langsam, normal, schnell, sehr schnell. Hehehe. Das ergibt keinen Sinn, Jungs. Egal. Die Monster sind sehr langsam. Zeige ich jetzt, denke ich mal, dass sie das damit vielleicht wollen. Kein Plan. Die letzte Frage... Äh, gibt's keinen Sinn? Bap, Dings, direkt zum Durchbruch hier. Und dann machen wir das doch. Obam. Brauchen wir einen solchen Hälzschmuck. Und so ein Gift. So, äh, wir sind aber auch schon wieder bei 37 Minuten. Da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Und, äh, ja, müssen sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.